Wir werden auch jetzt mal den nächsten FL-Platz vom letzten Video, ich sag mal in Klammern, verlosen. Wir gehen dazu einfach hier auf dieses Video hier, das hat schon geladen, machen randomly ein Big Winner und haben hier Einhorn hat Power YouTube. Wie heißt der Song von 432, Ingame Self-Reducer? Das werde ich nochmal nachgucken, jedoch sind das halbricht interessant nicht selber gemacht und weiß dementsprechend nicht den Song, aber wir werden jetzt einmal etwas nachgucken und zwar gehen wir auf Channels und gucken, ob er mich... Okay, weil ich will jetzt nicht, dass wenn ich nur 30 Leute in der FL habe, dass diese Leute einen nicht mal wirklich gucken oder so, sondern dann will ich halt dieses Gewinnspiel eher an die Community machen und wenn er einen halt, sag ich mal, nicht mal abonniert hat, dann finde ich es halt immer ein bisschen besser, wenn man es dann lieber an die 30 Leute macht, die auch schon dabei sind, die einen auch überhaupt gucken, weil dann finde ich, lohnt es sich natürlich am meisten, sag ich mal. Und ja, trotzdem hätten wir jetzt einmal Self-Reducer, wir machen einfach Fan-Ad Self-Reducer und ja, das war jetzt das und wie gesagt, es soll nicht abgehoben sein oder so, sondern ich selber will meine FL nicht privat halten, das würde ich auch machen, wenn ich kein YouTube machen würde, weil es halt einfach ein Friendless ist, aber da halt viele in die FL wollen, habe ich da, sag ich mal, so eine Ausnahme, dass ich jetzt insgesamt 30 Leute hätte. Unter dem Video könnt ihr halt auch, indem ihr einfach in den Kommentaren, unter eurem Kommentar, einfach euren Ingame-Namen reinschreibt, so könnt ihr auch, sag ich mal, den FL-Platz in Klammern gewinnen und ja, das war es dann jetzt mit diesem Pre-Info. Und viel Spaß bei Top 5 Cliffs of the Week und es wird übrigens noch einmal eine weitere Folge kommen, aber ich habe ja auch gesagt, weil es zwei Wochen ausgefallen ist, werden jetzt die Ersatzfolge, sag ich mal, sozusagen kommen. You can't take it back, no. I've got so much left to say, but I'll take my words and walk away. auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.